Wir werden zuerst herzlich willkommen, einen der Top-Friseure Deutschlands, Frank Brormann. Er war auf großen Turnieren in Chile, in Brasilien, in Korea. Er hat bei großen Fotoshootings in Modemetropolen wie Paris, Mailand, Barcelona gearbeitet. Er hat in 20 Jahren über 40 Länder bereist. Er hat mehrere Salons eröffnet. Er hat ein Buch geschrieben und er ist der Erfinder des Kalligrafie-Cuts und ist jetzt bei Keras Tars zu Hause und wird Ihnen genau diesen Kalligrafie-Cut vorstellen. Herzlich willkommen! Hallo, vielen, vielen Dank! Ja, es ist eine faszinierende Kunst. Und am 11. September letzten Jahres durfte ich es präsentieren in Paris, in der alten Börse, den Kalligrafie-Cut. Und ich darf Herrn Wilms zitieren. Der war in der Veranstaltung in Paris und der hat gesagt nachher, es ist die Revolution des 21. Jahrhunderts. Ja, ich bin Friseur aus Oelde und wenn dann jemand, der die Branche kennt, sagt, das ist die Revolution des 21. Jahrhunderts, dann kriegt man schon ganz schön Bauchschmerzen. Aber jetzt sind wir fünf Monate im neuen Jahr, sechs Monate im neuen Jahr und Kalligrafie ist so erfolgreich, dass ich sagen darf, ja, es ist wirklich eine echte Revolution. Und ich freue mich drauf, es Ihnen heute zeigen zu dürfen. Das Werkzeug sieht so aus, das zeige ich gleich noch live. Das ist das Logo und ich möchte erst noch so ein bisschen ausholen. Die letzte GFK-Studie hat gezeigt, dass 52 Prozent der deutschen Frauen nur noch zum Friseur gehen. 52 bis 54 Prozent. Was machen die anderen? Was haben wir falsch gemacht, wir Friseure, dass wir so viele Kunden verloren haben? Ich glaube, die Herausforderung an uns ist einfach, wieder Erlebnisse zu schaffen, wie das auch Kerastase anbietet, nämlich diese sinnlichen Erlebnisse. Wir haben es gerade sehr schön gehört. Aber eben auch nicht nur ein Haarbad oder eine Maske, sondern auch andere Dienstleistungen zu inszenieren, die ein echtes Erlebnis werden, die die Kundin spürt. Und ich habe hier was mit dem Haarschnitt erfunden, was die Kundin ganz, ganz sinnlich spürt, ähnlich wie eine wunderbare Massage. Wir können es beweisen, dass mit dem Calligraphy Cut wirklich Sie Ihre Stammkunden fester ans Unternehmen binden. Salons, die jetzt schon mitmachen, haben eine Stammkundenbindung von 92 Prozent. Das ist sehr beachtlich. Neukunden kommen dann ganz von alleine und viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich biete mit dem Calligraphy Cut eine Feinhaarspezialisierung an, mit der Sie wirklich leichter erfolgreich sind und ein Alleinstellungsmerkmal im Markt schaffen können, für sich und für Ihren Salon. Genug geredet. Wir haben jetzt so viel gehört. Mal endlich Haare zeigen, oder? Ich habe aber noch so viele Fragen. Nein, Moment, ich muss erst mal ein Modell rausholen, mal gucken, ob sie kommen, weil sonst bin ich wieder weg. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.